Ich habe mir gedacht, komm, restart ich den Kanal. Für alle, die es nicht wissen, ich habe meinen Kanal 2012, also Anfang 2012, restartet, alle Videos runtergenommen und gelöscht. Wobei ich sie auch auf meiner Festplatte gelöscht habe, aber das war ja eigentlich mehr aus Versehen. Weil ich ein Virus hatte und mein System neu machen musste und damit auch alle die Videos gelöscht waren. Hm, doof. Also man löscht nicht alle Videos, wenn man das System neu macht, aber ich musste meine komplette Festplatte formatieren. Das habe ich auch schon mal irgendwo anders erzählt, ne? Das habe ich in den Minecraft Adventure Maps schon erzählt. Ja. Ich wiederhole mich. Du, ich bin Wiederholungstäter im Wiederholen. Hahaha. Ist das lustig? So, hoffentlich wächst meine Ernst mal bald. Damit ich auch mal Brot kriege. Brot! Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und meine Achse ist gleich kaputt. Moment, ich versuche mal genau den Zeitpunkt abzuschätzen. Wenn der Baum kaputt ist, dann ist das Ding auch kaputt. Das heißt, jetzt! Ich bin so fucking awesome. Ich habe es genau erraten. Ne, eigentlich war das schon vor zwei Stunden alles lang geplant und so. Äh, natürlich war alles hier total durchgescriptet und so. Das finde ich ja das Interessante am Let's Play. Es ist nicht durchgescriptet. Einfach nur genial. Denn man weiß nie, was als nächstes passiert. Also, der Spieler auch. Sonst habe ich hier noch ein bisschen mehr Holz. Holz vor der Hütte. Ha, 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 ha. Und, äh, ich habe jetzt gar kein Gedöns mehr. Keine Axt. Das heißt, ich muss mir irgendwo hier mal ein Loch graben. Die ging hol. Ho, 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 ho. Oder geht der Text schon dazu? Ich habe keine Ahnung. So singe ich das auf jeden Fall immer. Wahrscheinlich aber auch nur, weil ich ein bisschen blöder bin. Hm, das wird der Hauptgrund sein. Und deswegen schlage ich auch mit der flachen Hand einfach mal Erde kaputt. Hm. Nur weil ich blöd bin. Und deshalb schaue ich jetzt auf meinen Notizzettel und gucke, was ich noch da stehen habe. Ach, ne, so will ich nichts sagen. Das ist doof, das Thema. Weil, äh, das doof ist. Hm, ich gebe sehr informative Beiträge von mir. Ist das doof, weil es doof ist? Oder ist es, ich bin cool, weil ich cool bin? Aber ich bin natürlich cool. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch eine Reihe ab und dann kann ich mir jetzt mal ein paar Steinwerkzeuge machen. Ach komm, eigentlich kann ich die Spitzhacke auch kaputt machen. Und dann würde ich nie, 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 nie mehr wieder Holzwerkzeuge machen. Das sieht jetzt hier noch ein bisschen komisch aus. Aber naja, so sehen wir ihn halt aus, wenn sie nicht fertig gegangen sind. So, und jetzt Steinwerkzeuge. Holy shit. Moment, fangen wir weiter mit dem Grundlegenden an. Mit dem Schwert. Dann mit der Spitzhacke. Ach Gott, ich kann keine Spitzhacke bauen. Oh, die ganze Zeit fällig ist hier. Ich bin so ein Luke. Getting an upgrade. Das schiefen wir. Ähm. Was kommt denn als nächstes mal bei mir? Genau. Dann kommt die Schaufel. So, ich hab das nämlich immer hier so sortiert. So, zack, dann noch das, die Axt. Und dann noch das Ding. Zack. Weil ich, äh, im Mui-Life nie was sortiere, denke ich mir, komm, dann kann ich doch mal beim Minecraft wenigstens was sortieren, oder? Macht das Sinn? Nein, macht das nicht. Aber egal. Hier guckt ja sowieso jeden Mist. So, meine Ernte soll wachsen. Ich könnte mir jetzt da rein technisch aus dem Knochenmehl, was ich gekriegt habe, Ah, von letzter Nachts. Blablabla. Ähm. Erste Knochenmehl aus letzter Nachts. Also den Knochen zu Knochenmehl machen, so rum. Und dann könnte ich meine Ernte wachsen lassen und dann, yeah, schreien. Aber das mach ich nicht, weil ich die Knochen vorerst noch behalten will. Aber wo, wofür eigentlich, ne? Genau. Benutz mal was. Ich hab sowieso nur einen Knochen. Hm. Aber davon krieg ich drei Dinger und davon kann ich drei Sachen wachsen lassen und davon krieg ich dann ein Brot. Juhu. Ah, ich muss mich halt mal kratzen hier. Ja, ist schön, wenn ich mich kratzen muss, ne? Voll viel Entertainment für euch. So. Ein paar. Das fällt nochmal besamen. Lustig. Hm, okay. Nicht lustig. So, Moment. Ich baue noch, glaube ich, ein paar Baumstämme. Für die Seite. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Oh, reiki. Und hier in dem Baum sind genau vier Baumstämme. Ah, fast. Vier oder fünf. Kein Unterschied. Ah, so langsam wird das was hier. So langsam sieht unser Haus nach was aus. Hm. Nach einem Stück Kot. Äh. Ach, hate das von der Hate. So, jetzt gucken wir nochmal kurz drinnen. Und sagen, yeah, das sieht schön aus und gehen wieder raus. Nein, das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Sondern wir... Wir... Wir machen jetzt mal ein bisschen was. Wir machen jetzt mal das Dach zu Ende. Oder? Genau. Zack. Zehn epische Treppen. Aber werden sie reichen. Und das Dach zu Ende machen. Es sieht nicht danach aus. Schade. Und ja, es wird lächerlich, wenn ich etwas ins Epische hineinziehen will. Hm. Sieht sehr gut aus. Ach, Quatsch, hier. Da muss ich hin. Erstmal noch... So. Nur noch ein Ding. Dann kann ich noch zwei... Zwei Treppendinger machen. Ach, nee. Ich kann da ja... Na. Komm schon. Schade. Mir fehlt da noch ein bisschen. Okay. Habe ich jetzt mal acht neue Treppen. Und es werde... Nacht. Reicht nicht. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade. Schade, schade. 100 möglichkeiten auszusprechen so das recht perfekt für die treppen wenn die treppen ist auch genau aufgebraucht sind dann wäre es noch perfekter perfekt aufgebraucht seht ihr ob ich habe perfekt gehandelt ich hätte sowieso noch sowas vor einen kleinen überhang zu machen und dafür bräuchte noch ein bisschen mehr holz halte ich sollte mich lieber als umsehen bevor ich irgendwo hinrenne heilige scheiße ist jetzt irgendwo noch ein creeper okay dass uns gelät so habe ich noch mehr gehört irgendwo aus müsste ich noch welches haben aber wird das reichen das und noch viel mehr erfahren sie in der nächsten folge von let's play minecraft ich hab irgendwie das gefühl dass es nicht reicht oder ne reicht nicht verdammt wieso nur wieso reicht es nicht verstehe das nicht so heilige scheiße cool idee wir wissen ja auf easy wenn die creeper wo ist das ding hin wenn die creeper keinen direkten sichtkontakt haben dann explodieren wir nicht ok genau ich muss mir noch ein paar treppen kraften oh yeah baby 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 ach ne ne wie geht das lied keine ahnung it´s just a creeper ha 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 scheiße ich kann nicht schlafen komm her ich halt bam gerade kam ich mir entgegen hoffentlich kann ich jetzt schlafen ich kann schlafen ich kann schlafen ich kann schlafen du kannst nicht schlafen oh Moment das kann ich auch mal löschen so also nicht löschen sondern hier oh Gott ich sollte nicht immer so raus stürmen trifft mich nicht na 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 ah und jetzt kann ich wieder meine Ernte beschleunigen meine Erntebeschleunigungsmaschine also ich hab grad gedacht ich höre schon wieder ein creeper so ich habe jetzt schön schön viel Brot ähm habe ich nicht noch irgendwo irgendwo eine Holztuchplatte oh ja da haben wir da habe ich eine nice ich könnte mir schon bald TNT bauen erste Aufnahme erstes TNT so geht's aber ich will mir sowieso irgendwann noch so eine riesige Monsterfalle bauen riesig so äh das brauche ich das kann weg und das kann auch mit meinem Inventer fuck you Küfer fuck you fuck you fuck you nach vier Schlägen ging ja relativ schnell ich glaube mit dem Eisenschwert dauert das auch nur vier Schläge mit dem Diamantschwert drei soweit ich das weiß ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher diese Franzose sagen würde nein so zack 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 oh ich bin ins Wasser geplumpst jetzt ist mir nicht ganz nass und ich brauche doch mehr Treppen als berechnet ja ich habe das natürlich vorher so im Kopf überschlagen ich dachte ich brauche bloß vier pro Seite aber ich brauche sechs zack so oh ne hier die Ernte kaputt treten das geht ja gar nicht gar nicht? ich meine natürlich gar nicht und da ist ja auch schon ein Feld kaputt wahrscheinlich war es der Creeper I hate Creepers davon soll es eigentlich mal so ein T-Shirt geben irgendwo keine Ahnung wo I hate Creepers und ich habe schon vier Glam Powder was ich echt nice finde Spinner zeigt sich du Verlockendes ich habe gedacht das wäre recht Bam Bam Die Bitch so lecker so lecker und tasty aber wisst ihr was mir mal aufgefallen ist was eine total awesome Idee wäre für Minecraft Physik also ich meine es hier nicht Physik ja und i gleich mc im Quadrat sondern Physik das heißt wenn der Block umfällt dann fällt der nächste Block um so ungefähr nach dem Motto das wäre so etwas von awesome Minecraft weil ich liebe es im Videospiel mit Physik rumzuspielen so in Half-Life oder Oblivion oder Skyrim auch wenn ich es nicht habe aber da gibt es auch Physik das ist so fucking awesome das ist einfach besser gar nicht mehr geht jetzt ruhig mal so ein bisschen Kabildstone und so als ich hier schon eine schöne Höhle schöne Höhle sagte er ich habe mich jetzt was ich jetzt machen soll das ist noch ein bisschen komisch aus oder sieht ein bisschen strange aus muss ich ja mal zugeben ich überlege mir jetzt was ich machen ich überlege mir jetzt was ich machen ja 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 und sie sich bei der bei dem vierten Part weil das hier der dritte Part ist hm ich habe mit aufgepasst äh ja dann sieht man sich im vierten Part haut rein ja